Jetzt bin ich aber sehr, 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 sehr gespannt. Ach du Scheiße. Nee. Wirklich jetzt dann? Jetzt müssen wir das so in Code eingeben. Hm. Ja! Okay, ich kann diese Krobar benutzen, um die Locker öffnen. Sorry, David, aber ich glaube, du würdest das gleiche als ich machen. Oh, Maps, Noten, Koordinaten, Fotos von Kate, Nathan. Oh, yes. Volltreffer. Alter, jetzt haben wir alle Fotos und so weiter. Hier, was soll das hier sein? Breitengrad, Längengrad, okay. So eine Art Nummern oder... Ja, so Nummern und... Koordinaten. Noch mehr Fotos, alter. Was? Der hat sogar... Der war sogar hier und hat das fotografiert, wo der Kampf stattgefunden hat am Anfang von Episode 1. Echt, jetzt? Dieser paranoide Schwein, alter. Dieses Schwein. Autos. Sogar uns? Ich glaube, es hackt, alter. Jetzt habe ich es aber echt die Schnauze voll von ihm, alter. Ganz ehrlich, und dann noch diese... Ne, wie sagt man denn, noch ein... Na, dieses Bereuen-Gefühl haben von ihm. Ne, ganz ehrlich, jetzt aber nicht mehr. Aber hübsch sehen wir aus. Wie nur auf diesem Bild, ne, Max? Du siehst hübsch aus. Na gut, hier können wir eine Abkürzung nehmen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Chloe rufen. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Ah, oh ja, jetzt besuchen wir sie. This is definitely Kate's floor. The hospital's always freaked me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes. I'm on it. Awww Kate. Hehe. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Ah, no, so süß. Ach, ich bin einfach so froh, dass es ihr ja jetzt mal gut geht und dass sie jetzt endlich wieder den Sinn des Lebens jetzt wieder bekommen hat, rechtzeitig. Ah, schön hier zu sein in diesem Raum. Ach, Kate, einfach so knuffig. Die ist einfach so süß. Hier können wir uns wieder hinsetzen. Was mache ich gleich? Ich tue nur ein bisschen herumschauen natürlich. Ja, mein Foto. Oh ja. Das ist natürlich auch Brief. An Raymond Wells, an Kate Marsh. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwall Akademie für Ihre Rückkehr bietet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in ihrem Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und geheimschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an Sie. Wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wales. Tja, Nathan ist halt immer ein Arsch. Und ich glaube, dass Nathan hinter allem diesen steckt, weil... Victoria kann ja auch im Notfall noch lieb sein und wird sich noch entschuldigen. Da haben wir Warren, Luke hat unterschrieben, Daniel, Zech, Max... Achso, ja, wir natürlich auch. Ey. Justin, Hayden, River S, Even, glaube ich, ist das, ne? Stella ist ganz oben. Trevor, Victoria, We Love UK, Blackwell Academy, Alyssa ist noch da. Rory, We... Und ich, keine Ahnung, den anderen kann ich nicht mehr lesen und den unten da auch nicht. In our hearts and thoughts. In unserem Herzen und Gedanken. Ach, süß. Ist echt voll lieb. Hier haben wir noch einen schönen Blumenstrauß. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Hm, naja. Eine Postkarte. Kate. Ich weiß, du hast, du hast mich und aus gutem Grund, aber ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendwas brauchst. Victoria. Die will also wirklich... Dass es hier gut geht. Komisch, aber das glaube ich, das kaufe ich ja nicht immer sofort ab, ne? Ballons. Naja. Wenn das Kate durch die Nacht durch die Nacht wird, dann ist es so. Jesus, Jesus. Das sind schöne Blumen. Und von Taylor? Wow, Props zu ihr. Hm, echt echter Respekt. Gut, zu sehen, dass Kate ist still working on her Buchreport. Hm. Oh, wow. Alter, was war das jetzt? Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Ach, süß. I miss my banana mustard board cat here work, also work, work here. Where is she? Oh, so süß. Bisschen herumzeichnen und Spaß haben und so weiter. That is so good to know that Kate is drawing again. Ich will mich ein bisschen hinsetzen, so... It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But... Whoever said we only have a single fate. Oh, time travel is such a mindfuck. Oh, ja. Kann ich mir vorstellen. Aber ich liebe immer diese kurzen Schweigeminuten, beziehungsweise... Oh, wie sie so süß da zeichnet. Immer wenn wir uns hinsetzen können, können wir uns so Gedanken machen. Einfach so... Ja. Das finde ich echt cool, dass sie das gemacht haben in Life is Strange. Dann kann ich da immer wiederholen, was passiert ist und so weiter. Und ja, und darum geht's eigentlich auch, ne? Dass man einfach ein bisschen nachdenkt und so weiter, wie es jetzt... Bis jetzt gelaufen ist und ja... Na ja. Muss man ja wieder aufstehen. Ich liebe, dass sie mal kurz immer so zwischendurch das zu machen. So, jetzt reden wir mal ein bisschen mit Kate. Kate, es ist so good to hang out with you again. Max, ich bin so viel wert. Und ich kann sagen, dass du willst zu sprechen mit mir über etwas. Ich will immer mit dir sprechen. Wir haben uns die T-Session dieses Wochenende gefeiert. Das war so nicht cool. Wir müssen uns ein T-Shop-Tour in Portland planen. Oh, ja. Und du kannst auch Warren bringen. Warren oder keine Jungs erlaubt. Na ja, der Warren ist ja wohl ein Netter. Aber ganz ehrlich, ich will eher mehr nur mit Kate so. Und Chloe eventuell. No boys allowed. You are funny, Max. And right. Yeah, Nathan. I want you to know, I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. Me too. But his dad would never let that happen. I thought I had a tough family. So what is going on with him now? I think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be a... Not nice. But I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but... I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't. And we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. No. Yeah, we'll see you again soon, Kate. Liebe Kate, das werden wir. Ach, ich wünschte, ich könnte jetzt noch länger hierbleiben, aber... Naja, wir müssen ja wirklich wieder an unsere Mission wenden. Jetzt müssen wir nämlich noch alle Hinweise machen. Jetzt haben wir schon Hinweise von dem David. Und jetzt müssen wir noch zum Nathan, zu seinem Zimmer kommen. Und das können ja heiter werden. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.